Und genau dieses Wissen nutzte bereits Frank Petker vor vielen Jahrzehnten und wurde dadurch einer der besten Verkäufer weltweit. Merke dir einfach für die Zukunft, dass jeder Mensch für sich selbst der wichtigste ist. Diese Technik der Du oder Sie Formulierung kannst du bei allen Kommunikationswegen anwenden. Sei es im persönlichen Gespräch, beim E-Mail Marketing, in Werbeunterlagen oder im Verkauf. Mein E-Book 16 Kniffe für Verkäufer kannst Du dir übrigens für 0 Euro unter dem Video downloaden. Im nächsten Video zeige ich Dir eine einfache Technik, mit der Du auf andere wie ein Filmstar wirkst.